Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Tom und Jerry Tales. Im letzten Part, ja, sind wir wieder hier ins Haus reingegangen, nachdem wir den Garten beendet haben. Oh yeah, und es kann jetzt hier gleich weitergehen. Wir sollen wahrscheinlich hier wieder den ganzen Käse finden. So, das sollte ja wohl wieder nicht allzu schwer sein, würde ich sagen, aber es ist schwer. Einmal so genau, ja wunderbar, Rex. Zack, sehr schön. Uiuiui, das war knapp, das war knapp. So, jawohl. Zack, extra vorsichtig hier. Sehr schön. Kann ich da? Jawohl. So, da ist nichts. Okay. Okay, hier ist nichts. Zack, aha. Da ist nichts. Oh, oh. Zack, zack. Jawohl, hier ist wieder nichts. Ich will irgendwie nochmal ein Stückchen Käse vielleicht. Ich will Käse. Jetzt bin ich gegrillter Käse. Dampfgegartter Käse eher. Ja, jawohl. Jawohl. Okay, zack. Hier schnell rüber. Zack. Jawohl. Okay, was haben wir hier jetzt wieder? Hier ist nichts. Da ist nichts. Oh, ja, ja, ja. Klar, 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 klar. Klar. Klar, 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 klar. Wow. That's not nice. Da ist nichts. Und zack. Ui, ui. Das war wieder knapp hier. Yeah, 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 yeah. Okay. Zack. Ui. Da ist er wieder da, Tom. Und dann zeigt er uns wieder seine ungewaschenen Bratzen. So. Da ist nichts. Ui, ui, ui. Wieder aufpassen. Hier wieder aufpassen. Und zack. Jawohl. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Hier nochmal hoch. Hier ist nichts. Da drüben vielleicht. Aufpassen und hoch da. Ah, komm schon. Okay. Ähm. Okay. Hier ist nichts. Da haben wir was. Hier würde es lang gehen. Aber sicherlich ist doch hier auch was, oder? Nein. Okay. Ui. Ui, das war's. Okay. Das war knapp. Zack. Zack. Jawohl. So, ganz vorsichtig. Trau dem Spiel nicht. Okay. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, diesem Spiel nicht zu trauen. Das auf gar keinen Fall. So. 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 Okay. Vor allem, weil ich... Uah. Okay. Ich sag's. Es ist keine gute Idee, diesem Spiel nicht zu trauen. Diesem Spiel zu trauen. So. Hier war ich doch noch gar nicht, oder? Äh. Okay. Aha. So läuft das. Ui. So. Okay. Immer schön aufpassen. Uah. Uah. Wow. Wow. Das ist gemein. So. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch nach jedem Sprung einfach einen Safe State machen. Aber wie gesagt, ich will ihn halt so selten wie möglich abusen. Wirklich nur dann, wenn ich wirklich sag, okay, jetzt ist es, äh, jetzt ist es vorbei mit der Freundlichkeit. Das wird mal wieder viel zu unfair. Hier ist nichts. Ich speichere halt in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen. Ob ich in deiner Buse... Uah. Warum ist er auf einmal so schnell gelaufen? Ich hab nur einmal in die Richtung gedrückt. Zum Beispiel. So. Zack. Zack. Hüpp. Jupp. 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 Zack. Jawohl. Okay Komm schon, wir waren vorher so weit Wir haben es fast geschafft Ist hier wirklich nichts mehr gewesen? Ne So Vorsichtig, zack Vielleicht nur noch springend fortbewegen Dann kann er nicht automatisch anfangen zu laufen Das war gemein Okay, so Okay, das ist wieder eine Mausefalle Und zack Okay Ja, ein Drittel haben wir ja schon mal So Ui Wow Das ist Einfach, einfach nein Ich meine einfach nein Es ist zu unfair So Okay Ganz Vorsichtig Sachte Sachte, 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 sachte Kurzer Kurzer Zwischenspeicher Komm wieder vorbei Zack Und zack Sehr gut Das sieht doch schon mal ganz gut aus So Okay, da oben kann ich aber noch mal runter angeln So, wenn ich mich irre, hier war nichts mehr, gell? Ja genau So Hier rüber Und da rüber Ui Vorsichtig Okay Okay Zack Zack Ist da Da ist wieder was Okay Okay Gut Gut Hey So Na komm schon Den Großteil haben wir doch schon Irgendwo bin ich hier doch jetzt wieder Ja Da war's Wollte schon sagen Irgendwo bin ich doch hier das letzte Mal gestorben So Okay Hier ist nichts Hä Boah Das wäre jetzt nur was gewesen Wenn da jetzt ein Käse umgeweben gewesen wäre Und ich dass nicht mehr hinkomme So Hier ist nichts Fünfmal Käse brauche ich noch Okay Erstmal Erstmal hier den Käse Den will ich jetzt erstmal haben Hüppasar Hier ist nichts Okay Hüpp Ich muss hier echt Echt mega aufpassen Na das ist wieder ein Käse So Aha Aha So Zack Hier ist nichts Hüppasar Zwei noch Okay Hier ist nichts Okay Jawohl Das sieht doch ganz gut aus Nur noch zwei Stück Käse Da ist wieder Eine Hand Okay Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Äh Hier Ah Wo geht's lang Okay hier ist nichts mehr Dann schnell hier weiter Da ist ein Käse Vorsichtig Da ist wahrscheinlich am Ende Eine Mausefalle Oder einfach gar nichts Das ist halt auch das Problem So hier verstecken Zack Zack Okay Okay Jawohl Ähm Hüppasar So Ganz vorsichtig Hüpp Ich habe ein Déjà-vu Also ob ich hier schon mal gewesen wäre Erinnert aber nichts an der Tatsache Dass ich hier natürlich trotzdem Vorsichtig sein muss So mal ganz Okay Neben ihm kann ich landen Okay Da ist aber nichts Hüpp Hüpp Ah Da oben ist was Oder auch nicht Kurz warten Zack Da oben ist das letzte Stück Käse So Nicht unvorsichtig werden Durch da Yay Yay Alter Wie weit geht das noch Wow Und dann Oh Schädelbasisbruch Dann ist weit Yeah Direkt ans Ziel Sehr geil Ui Lege einen Meistersprung aufs Paket Indem du alle Tasten drückst Die in Toms Die in Tom Augen erscheinen Okay Äh Ui Das wird schwierig Weil ich halt nicht weiß Wo meine Wie meine Wie meine Tastenbelegung ist So Ah Wird schwierig So 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 Ah verdammt So Oh Wie schnell muss ich reagieren Oh Oh Nach oben Auch noch Was ist denn das Ich hab doch A gedrückt Wow Okay Ah was ist denn das Ich hab doch A gedrückt So A L R Ah Jetzt hab ich A gedrückt Oh Alter Hahaha Also das sind Quicktime Events Das sind Quicktime Events Meine Freunde Es ist aber im Endeffekt auswendig lernen Weil es immer dasselbe ist Es sind immer dieselben Und jetzt hab ich A gedrückt So 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 Ah Jetzt war ich zu langsam Jetzt war es der falsche Knopf Eieieiei Das kann ja was werden hier Was ich hab A gedrückt Oh Ich kann das nicht Oh Alter Das wird was Das wird was Das kann was werden Ah das war der falsche So Da weiß ich jetzt was A ist B Und nochmal B Sehr gut Dann wieder A L Dann kommt glaube ich B Nein R kommt dann Jetzt kommt B Und dann hoch Genau Jetzt kommt wieder Äh hoch Links Rechts A Hoch Was ich hab doch hoch Wow Und das ist erst der Anfang Und das ist halt erst der Anfang So A L R B Und hoch Im Endeffekt Werd ich es gerade echt auswendig Okay jetzt wusste ich nicht mehr was kommt A A Okay Dann kommt B So Dann kommt A B Und dann Was ich hab noch unten Alter Oh boy 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 Hei 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 A L R B B Hoch So Jetzt geht es wieder von vorne los Nämlich hoch Links Rechts A Dann kommt B Und dann runter oder Jawoll R Alter Das ist voll echt schwer Alter Das ist Das ist sau schwer Du hast Mega wenig Zeit Wie soll das Alter Wie soll das Wie soll das Ein Kind schaffen Eieieieieieie Also was haben die sich denn dabei Gedacht So So Jetzt hab ich B gedrückt So B Jetzt kommt doch noch unten oder R Das letzte What Habt ihr gesehen wie schnell das gekommen ist Oh Meine Herren Oh Boy Hei 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 Wisst ihr an was mich das erinnert An Tim in Tibet Hat jemand das Spiel gespielt Tim in Tibet Sehr geiles Spiel Aber genauso unfair Alter Wenn du einmal raus bist Dann hast du verloren So Was ich hab A gedrückt Was ich hab A gedrückt Okay Okay So Links Rechts A B Runter R war zu langsam Es ist vollkommen unmöglich Das ist vollkommen unmöglich Nicht für mich Nicht für mich Ha 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 Gib God Ha Oh, ich krieg's nimmer hin. Keine Chance, ich krieg's nimmer hin. Ich muss ja aufhören, sage ich jetzt, weil ich kann's echt nimmer. Alter, hör mir auf. Komm schon, einfach versuchen wir's noch. Ich kann aber auch nicht aufhören, weißt? So. Konzentrieren. So, dann kommt ihr zweimal B. So. Dann kommt A, L und dann R. Dann kommt B und A. Was? Nach oben? Oh. Und schon ist vorbei. Und schon ist vorbei. Ei. Das musst du auswendig lernen, es geht gar nicht anders. So schnell kann auch kein Mensch reagieren. So. B hoch. Dann kommt links. Rechts. Dann kommt A. Da kommt A. Na verdammt, jetzt hab ich R gedrückt. Kannst du nicht auch irgendwann R? Jetzt kommt R. Nach unten. Alter. Alter, wie soll man das schaffen? Ich würde mal sagen, meine Freunde, wir sehen uns hier beim nächsten Mal an Ortenstelle wieder und versuchen dieses Chaos erneut zu lösen. Also gut, Leute, das war dein Let's Play Tom und Jerry Tales für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschau.